Ich wunderte mich schon die ganze Zeit, dass ich keine Geschäfte finde, Klammernottenladen, Schuhladen oder dergleichen. Ich habe soeben ein ca. 17-18-jähriges Mädchen gefragt und sie meinte, nee, zum Einkaufen müssen wir entweder nach Naun oder Rathenow fahren. Hier gibt es zwar eine Disco und dann nur zwei Supermärkte und das war's. Oh Gott, Mensch. Rechts ging eben eine Kurstraße ab, eben die Niederwallstraße. Hört sich ja eigentlich alles ganz gut an, ne? Man denkt, hier ist ein bisschen geschichtlich was zu finden. Na ja, gut, das sind jetzt alles nur Wohnhäuser, ein Lottoladen. Aber wirklich, echt, hier ist nichts. Das gibt es auch überall. Frisak, mitten in der Stadt. Das war's. Fertig. Das war's.